So, jetzt war der Naldo wieder. Nee. Und 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 und. Ja, wie ihr seht hier, es steht gerade 1 zu 0 für der FC Schalke. Und hier ist das kurieuse Tor mit dem Spieler Wiedelweif. Jedem, oder? Ja, Abend. Das war's noch. Und gut, schön wie den Eberhaus. Schalke los. Schalalalalalalala. Schalke. Bei YouTube. Schalalalalala. Oh, hey, what's up. Und so steht da 1 zu 0 für den V-Verbaut durch den Spiel gegen Fahnden Schuttgart. Und hier steht da 0 zu 0. und ertera passochen eins wie verkoppert. Los. Lalalalalalalala Go Di Santo! Vanfranco geht raus! Oh! Lalalalalalalalalalalalalalal Was ist schon so sehr ernst? Bordel Gut gemacht! Ralf Herrmann Hey! So, bis rein. Vielen Dank.